Der Gardena Mähroboter R40LI ist mit einem hochentwickelten Diebstahlsicherungs- und Sicherheitssystem ausgestattet. Einem PIN-Code-System, für höchste Sicherheit sollte der PIN-Code regelmäßig geändert werden, notieren Sie sich den PIN-Code auf keinen Fall am Mäher oder an der Ladestation. Einem Alarmsystem mit drei Sicherheitsebenen? Durch die Wahl der höchsten Ebene ertönt der Alarm, sobald jemand den Mäher anhebt, bevor er gestoppt wird und der PIN-Code eingegeben wird. Jeder Mähroboter hat eine eindeutige Seriennummer. Sobald ein Gardena R40LI als gestohlen gemeldet wird, ist er im Gardena-Support-System auf der roten Liste geführt und es erfolgt seitens Gardena keine weitere Unterstützung zur Instandhaltung. Dieser Schutz kann allerdings nur gewährleistet werden, wenn Sie Ihren Gardena Mähroboter R40LI online registrieren. Als Ergänzung hierzu können Sie die mitgelieferten Aufkleber am Mäher anbringen. Hiermit wird darauf hingewiesen, dass der Mähroboter durch PIN-Code und Alarmfunktion geschützt ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017